Habt ihr das auch schon mitbekommen? Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert. Und die heutige Frage des Tages. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Bildung und Leistung? Ich habe etwas für euch. Und zwar habe ich eine WhatsApp Gruppe gegründet. Den Link findet ihr in der Bio. Da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, das macht uns allen dann Spaß. Und ja, ich würde euch bitten, einfach ins Bio zu gehen, also auf mein Profil und euch dort anzumelden, falls ihr Selbstunterstützung braucht oder auch schwächere Schüler unterstützen könnt. Wir sehen uns dann. Bis dann. Es gibt zwei Arten von Menschen im Lernen. Das nehmen wir jetzt nicht. Manche lernen von innen nach außen, die andere von außen nach innen. Und meine Frage an dich. Welche Art von Lerntyp bist du? Schreib das bitte in die Kommentare. 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 Vielen Dank.